Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play Together Diablo 3. Featuring Mone. Findet Alchemus immer noch? Wo ist der? Ja, den haben wir noch gar nicht gefunden. Ich meine, hier waren wir doch schon. Was soll jetzt dann hier? Komisch. Also da hast du einen mit Ausrufezeichen über der Birne gesehen? Ich nicht. Nö. Vielleicht da nochmal rein hier, in diesen Kommandoposten. Nö, wäre ja schwachsinnig. Also gerade blick ich es gar nicht. Müssen wir vielleicht doch in der Höhle da weitermachen? Ne, ich glaube, das war es schon. Ach, da müssen wir dann auf jeden Fall weiter, denke ich. Ja, oder? Stechen den Winde? Ich denke schon. Da waren wir aber schon. Ja, aber warte mal, vielleicht mal kurz gucken. Da gibt es noch einen Durchgang da unten. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, oder? Im Süden? Das ist jetzt wieder ein Stochern im Nebel. Hauptsache, wir bewegen uns, ne? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da zugerufen habe, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Ja. Nach unten. Gell? Gell? Ja, gehen wir da jetzt rein, oder was? Na ja, halt durch diese hohle Gasse da. Wo bist du denn? Ja, ich komme. Ich eile. Wo du schon wieder vorgestürmt bist, da gehen wir jetzt rein. Du gehst in die völlig falsche Richtung, glaube ich. Ah, jetzt. Nein. Jetzt, äh, seh ich dich. Ja. Wo ist er, die Alkanus? Ach so, Alkanus ist gar kein Typ. Alkanus ist ne Stadt oder sowas. Weiß nicht. Hier hab ich ein Portal. Ja, genau. Aktiviert. Ja, wir können jetzt dann aussteigen oder ja weitermachen. Ich muss auf jeden Fall mal dahin und Sachen verkaufen. Da ist er noch Alkanus. Vielleicht doch ein Typ. Weil es ist nicht abgehackt. Was ist denn da los? Hallo? Hallo, hier ist ein Monster. Das ist halt das Problem mit dem Säugling, wo du nicht weißt, schläfst du jetzt weiter oder nicht, ne? Naja, man kann's halt nicht beeinflussen, ne? Ist halt so. Der ist ja brav. Nimm mangels auch an nix. Braucht euch keine Sorgen zu machen, übrigens. Ich würd mich nicht so rechtfertigen. Der ist gewickelt, der hat gegessen. Der liegt hier direkt auf ihn drauf. Das ist selig, dem geht's gut. Ich würd aufhören mit dem sich rechtfertigen. Das ist wie bei Alkoholikern, die sagen, sie trinken nix. Ich trink nix. Ja, aber ich schau mal. So, der Pfeil zeigt nach rechts aus irgendeinem Grund. Guck mal, halt mal nach rechts. Warte mal, hier links. Das heißt, warte mal, wir sollten vielleicht trotzdem... Da ist die Schatztruhe. Jawoll! Ist da noch mehr? Nee. Da muss ich mein Zeug auch noch holen. So. Robuste Feldhosse. Jetzt schnell noch da hoch. Da ist eine Schatztruhe. Das sind lose Steine. Eine sonnengebleichte Leiche. Ich hab jetzt... Ja, und dann müssen wir nach rechts. Ja, dann machen wir das doch brav. Da liegen komische Tote rum. Also, das sind doch Weiber. Die haben doch auch lange Haare. Oder bin ich jetzt... Das ist ein Riesen-Vibe hier. Ach, gestanden. Der hat mir aber ganz schön eingeschenkt gerade. Oh Gott. Aua! Ja, geh doch mal lieber weg. Auf keinen Fall. Jawoll. Hahaha. Uiuiui. Oh, jetzt kann ich das nicht nehmen. Scheiße. Zusammen sind wir halt unschlagbar, gell, Schatz? Ja, jetzt warte mal. Ich muss jetzt mal... Ring das Gemetzel. Ich muss jetzt ein bisschen was wegschmeißen. Weil sonst kann ich die neuen Sachen nicht mitnehmen. Ah, Armschiene 31. Meine davor war 18. Geil. Ja, ich hab auch einen neuen Brustschutz entdeckt für mich. Ich hab was gefunden. Das könnte was für dich sein. Ich hab ein Amulett... Hast du auch eins um deinen Hals schon? Ja, ja. Jetzt warte mal. Ich muss mal grad gucken. Ich hab hier einen Bogenschützen-Rebell. Eine seltene Armschiene. Die macht stärker, intelligenter. Okay, ich hab ne Armschiene mit 31. Benötigt Stufe 12. Was hat deine? 17. Nee, dann will ich sie nicht. Aber die hat... Das ist ne gelbe. Die hat ganz viele... ...viele Extras. Stärke dazu, Intelligenz dazu, magischen Gegenstand finden dazu. Ja, dann geht her. Getötete Gegner. Ja, warte mal. Ich überleg grad, ob ich sie selber behalte. Ach so. Ich hab zwei... Ich hab zwei davon. Ja, auch noch. Dann geb ich dir halt die... ...bisschen schlechtere, ne? Ja, prima. Ja, vielleicht, wenn so nix taugt, dann gibst du sie mir wieder. Also irgendwie... Nee, kannst behalten. Da werden die Leute schimpfen, weil das ist ne gelbe. Die ist bestimmt total toll. Das ist doch mir wurscht. Total toll. Meine ist aber viel besser. Ich will die gelbe nicht. Warte mal, ich muss mir auch überlegen, ob ich die will. Meine Entscheidung. Mehr Leben oder mehr Schaden und Schutz? Ich weiß nicht. Ach ja, ich lass's jetzt mal so. So, jetzt warte mal. Was ist jetzt hier? Da könnten wir jetzt weitergehen oder was? Oh, das sind noch Gegner. Gegner? Machen wir die doch noch schnell platt. Abgeschlossen. So, Speicherpunkt. Wir gehen jetzt in die Stadt zurück, weil ich muss Sachen machen. Verkaufen. Okay. Komm. Da haben wir ja auch gleich den... ...den Beam-Hansel. Da liegt ja noch was rum. Ich trage zu viel. Du kannst doch nicht einfach so tolle Sachen wegschmeißen. Warum nicht? Äh, wo gehen wir dann hin? Zum versteckten Lager, oder was? Würde ich sagen, ne? Okay. Das ist ein gesockeltes Krumpfschwert, ey. Das schmeißt du weg, ey. Da musst du mir doch Bescheid sagen. Was denn? Das ist viel besser als meine Waffe. Vielleicht habe ich ja gar nichts weggeschmissen. Warum liegt's denn da noch da? Vielleicht lag das da einfach noch. Ich weiß nicht. Naja. Kann ich jetzt das verkaufen? Wo ist denn jetzt der blöde Händler? Würde ich das mal sagen? Weiß ich nicht. Wo ist denn überhaupt unser komischer Handwerker? Da ist eine Verzauberin, ist da eine. Das ist ein bisschen blöd, ne? Wo ist denn unser Handwerker? Ja, der ist weg. Der hat sich verpisst. Das kann doch nicht sein. Ich habe in den 5 Milliarden Goldstücke reingesteckt. Der muss irgendwo sein. Ach, da ist er doch. Ich habe ihn doch. Erzähl doch keinen Mist. Mann, Mann, Mann. Du erzählst mir Mist hier. So. Jetzt verzickern wir erstmal hier. Gesundheit. Jetzt wird das bei Gegenstände wiederverwertet. So. Ja. Das Zeug brauche ich auf keinen Fall. Ach, hier. Den Cast, den ich sowieso nicht brauche. Der geht anscheinend nicht. Nein. Der geht auch nicht. So. Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich so viele Waffen, die so ähnlich alle, ähnlich stark sind. Naja. Aber der ist halt einfach mal... ein Ticken schlechter. Jo. Der Beinschutz, der... Aha. So. Jetzt werde ich hier ein bisschen was reparieren, bitte. Also du willst die, äh, Armschiene nicht haben, ne? Nein. Ach, weg damit. Ja. So. Was habe ich hier noch? So. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wo ist denn hier unsere Truhe? Da. So. Das passt eigentlich alles jetzt. Da werde ich jetzt mal... Was habe ich denn hier noch? So. Also ich glaube, ich bin dann fertig. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Aber, ähm, danach machen wir mal Feierabend. Du kannst jetzt eigentlich theoretisch rausgehen. Ich erkläre... Erledige noch mein Kram und dann... Okay, dann sage ich schon mal... Tschüss, tschüss. Ich bin raus. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Die Däne der Hölle werden schwächer. Ein Verbündeter hat uns verlassen, hat er gemeint. Halt, reparieren kann der, glaube ich, auch, ne? An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. Kann mal jemand den Kleinen füttern? Jemand hier im Raum vielleicht? Bitte? So. Jetzt verlässt sie mich, meine Frau. Um den Kleinen zu füttern, damit alle seine Richtigkeit hat. Ich mache hier noch mein Kleinkram. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen hier noch? Ähm, oja, das wollte ich noch machen. Dann, ja, wollte ich da das da vertickern. Ja, ähm, ja, ich weiß, das ist ein gelber, aber ist doch drauf gepfiffen. So. Und jetzt gucken wir mal, was der Schönes hat hier. Ob da irgendwas dabei ist, was mir taugt. Oh. Da brauche ich wieder eine Mörderstufe. Das ist doch scheiße. Was könnten wir denn gebrauchen? Also, eine Axt. Das ist aber Lehrlingskack. Das kann ich ja gleich vergessen. Bogen. Armbus kann man vergessen. Beißachs des Gesellen benötigt Stufe 19. Ist aber auch schlechter dann dafür. So, was haben wir hier? Das Bastardschwert wäre ganz toll, aber das kann ich erst mit 29. Stufe 29 verwenden. Äh, ja, den kann ich eh nicht verwenden. Das ist auch ätzend. Hammer des Adepten. Hammer des Adepten kann ich erst ab Stufe 24 verwenden. Ja, und dann verließen sie ihn ja fast schon wieder, ne? Die Großachs des Meisters. Ja, soviel zu dem Thema. Stufe 29. Okay, da ist ja nichts da. Dann schauen wir mal, was es in Sachen Brüstung gibt hier. Ja, benötigt Stufe 25. Klasse. Plattenhahnisch 28, 22, ja, 26. Das ist total blöd. Entweder ist es eine zu hohe Stufe, die ich noch nicht habe, oder die Waffen sind kacke. Da soll mir mal einer verraten, warum sich das gelohnt hat, Geld in diesen blöden Handwerker reinzustecken. Was ist das jetzt hier? Handschuhe. Ah, okay. Selbst die sind schlechter, als die, die ich schon habe. Und die sind wieder für die Stufe zu hoch. Kriegshaube. Ja, das ist so ziemlich genau die gleiche. Kriegshaube. Das wäre Blödsinn, die zu machen. Schilder sind ja jetzt auch Schilde. Natürlich muss es heißen. Sind für mich jetzt auch interessant, aber da habe ich... Das wären endlich mal Schulterpolster, die nicht so 80s sind, aber... Naja, ich benötige Stufe 29. Das ist doof. Da ist die gelbe mit Sicherheit besser. So, Beinschienen. Benötigt Stufe 28. Ganz doll. Und das ist genau die gleiche. Paar Schuhe. Ja. Ja, dann bin ich jetzt auch durch. Das heißt, ich könnte ihm jetzt noch mehr Geld in den Rachen schieben. Das mache ich jetzt schnell noch. Und dann... Ich hätte ihm das Geld eher geben sollen. Und dann hätte ich ihn... Naja, egal. Kann ich ihn gar nicht mehr machen, oder was? Benötigte Materialien. Ach so. Gut, dann kann ich dem erst jetzt gar nichts mehr geben. Gut. Dann verabschiede ich mich jetzt auch noch. Ich, der Barbar. Scheitern. Und wir sehen uns dann demnächst wieder hier auf diesem Bildschirm. In diesem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.